Warte mal, ich trinke mal einen Schluck. Kann ich dich da trotzdem inladen? Aber ich will immer für nachher noch was runterladen. Bei Gameware kostet das vor allen Dingen nur 48 Euro, ne? Ja. Ohne Versand. So, warte mal, Spiele einladen. Ähm... Alle aus aktueller Sitzung. Kriegst du jetzt ne Einladung? Du müsstest jetzt ne Einladung bekommen haben. Jerome? Warte. Ja. Dann tritt mal bei, weil hier kommen jetzt einige hin, gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, beil dich. Oh Gott. Beil dich. Ähm... Ich kann nicht. Warum? Ah, jetzt. Jetzt müsst ihr eigentlich drinnen sind. Äh, ich hau gerade, die... Klang... Ja, tritt bei steht dabei, ja, ja. Hängen geblie... Was bliebe? Was, 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 was? Hängen, was? Hänge... Bliebe? Hänge bliebe? Hänge bliebe? Hab ich's richtig ausgesprochen? Wenn nicht, bitte korrigiere mich. Hänge bliebe? Hänge bliebe? Willkommen zur Let's Play Live Show. Ich hoffe, ich hab deinen Namen richtig ausgesprochen. Hallo. Da hieß er noch Capri-San. 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 Ich dachte, das hier ist hängen geblieben. Ja, eigentlich ja, ne? Hängen geblieben! Erinnert mich irgendwie auch an Capri-Sonne. Oh Gott, fahr ich mir mal ein eigenes Auto? Oh ja, komm. Ja. Alter, was ist denn der X80-Prototyp? Was sind das denn für Autos? Die kenn ich ja noch gar nicht. Alter! Na, der X80 ist der schnellste Wagen jetzt in GTA Online. Auch wenn andere sagen, der ist nicht der schnellste, aber das hat's ja bestätigt. Alter, der Tyros ist ja... Was ist der Schnellste? Der X80 Pro. Was ist der Schnellste? Der X80. Er ist der Schnellste. Hallo? Ja. Wieso hab ich denn... Wieso hab ich denn so'n... Oh, ich hab'n ganz engen Anzug an. Ich fühle mich wohler, als ich sollte. So. Hauptsache, die fahren auch anständig. Kann man diese Anzüge... Oh Gott. Das wird so schief gehen. Oh Gott, das... Weißt du, was ich mir oben vorstelle, was oben schmeckt? Was denn? Apfelscholen mit Koffein... mit genau so viel Koffein wie in dem Energy. Uh. Äh... Aber ohne Beigeschmack. Ich glaube, das wird so was von schief gehen. Oh. Äh, ich muss dazu sagen, ich hab' so was noch nie gefahren, ja? Ich, äh... Äh... Ist jetzt das erste Mal da so'n Stuntrennen? Ja. Ich fahr' gerade das erste Mal so'n Stuntrennen. Ich... Höh! Was ist denn hier los? Geh' aus dem Weg, Alter! Höh! Sieht ihr bescheuert? Rammt ihr mich einfach weg? Ja, genau. Ja, genau. Ich fahr' nämlich wohl... Wo ist das denn? Huch! Ähm... Ich hab' keine Ahnung, wo ich... Wo ich jetzt hier hin muss. Oh Gott. Einfach fahren. Einfach fahren. Einfach vollgas. Ich möchte dir vielleicht mal meine... meinen Strom überweisen, wat? Ich hab's vergessen. Hey, Rang 7? So schlecht bin ich gar nicht. Uh... Kann man den Looping auch abkürzen? Nee. Uhhh! Oh Gott! Hey, Rang 6? Ja, ran doch, du... Och, so... Da rammt er mich einfach. Juppi! Dann rammt er. Sieht doch. Ich hab' immer das Gefühl... Ich hab' immer das Gefühl, so... Weil... Ja, natürlich! Natürlich! Was ist das denn für ein Drecksack? Und dann kommt doch nichts. Wer war das? Wer war das mit dem blauen Auto? Ohhhh! Wer war das mit dem blauen Auto? PZ... Ich freu' mich immer, wenn... wenn Leute irgendwelche bösen Kommentare von sich geben. Und dann muss ich... PZKL2N So... Ah ne, ich hab' mir doch nichts. Du kleiner... Du kleiner Schlumpf. Alter, wenn ich dich in die Finger kriege. Du kleiner Schlumpf. Du kleiner... P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Was ist denn hier so am... Gibt's jetzt hier nur eine Polizeiverfolgung? Nein, das ist bloß so ne Sirene. Achso. Tatü, tata... Ich bin etwas überfordert mit dem Spiel schon wieder. So... Nein! Ja doch! Hallo! Aber fang jetzt gar nicht an, wie ein Volk aus dem Rechner zu spielen, du! Was? Nein! Um Gottes Willen! So! Huiiii! Ich bin direkt hinter dir, Sascha. Ah, direkt hinter mir! Ich hab' ein ganz hautengen Anzug an und ich fühle mich wohler als ich sollte. Wie viele Runden sind denn das? Ach, zweite. Zwei Runden. Ist Winch... Ist Winch... Uah, Vorsicht! Oh! Ja, überhol ihn! Ja! Jawohl, fünfter! Jawohl! Läuft! Ach, Winch an ist auch an. Achso! Ja! So läuft der... Alter, den einen hau' ich jetzt erstmal gleich raus. Ey, das ist doch ein Drecksack! Ja, ich hab's gesehen! Ja, den Podium musste raushauen. Höhö! So! Ein Drecksack! War ne Bonusdrehung. Uah! Die Mist-Säule! Oh, wartet ab! Oh, wartet ab! Mhm! Böser... Böser... Böser Flexi! Hallo Supertux! Ich grüße dich! Willkommen zu Let's Play Live schon! Alles Gute nochmal zum Geburtstag! Hallöchen! Ja! Alles Gute! Nudel Gamer! Ich grüße dich! Hallo! Was, bist du down? Bist du down? Wie wert Geburtstag? René? Hä? Ach, guck da gerade in Stream rein, oder was? Ja, ja! Äh... Nudel Gamer 3000! Nudel Gamer 3000! Hallo! Wieso bin ich down? Ich bin down! Hallo! Ich bin sexy Batman! Hallo! Ich liebe Nasty Boys! Oh! Äh... Tasty Boys! Okay! 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 Äh... Survival! Ja, natürlich! Schub mich doch... Schub mich doch einfach mal raus! Ist klar! Ihr verdammten Waschlappen! Das gibt's doch gar nicht! Was ist denn hier los? Oh! Da ist einer explodiert! Das finde ich gut! Boah! Jetzt noch so Waffen... Jetzt noch so Waffen dabei! Oh! So! 58! Wiii! Jetzt keine... Keinen Müll bauen! Genau! Keinen Müll bauen! Immer schön gerade fahren! Also ich war gerade noch Zweiter, aber die haben mich einfach mal so eiskalt aus dem Leben gehauen! Oh! Oh! Ich bin irgendwie erster... So! Jo! Was? Ich sag nur all you can eat mit... Was? Nane! Mit Nane! Achso! Mit Daniel! Ja, du... Kann ich mir vorstellen! Was ist denn das für Ener? So ein... Oh! Äh! Arsch! Loch! Tschüss! Ich... Ich... Loch! War erster und der kommt direkt... Ah mit Loch! Oh! So ein... Nein! Verpest dich du Penner! Du willst mich als erstes rauskicken, du Drecksau! So! Ja hier noch 15! Der Index... Der... Der... Musst mal... The Beast, alter! Nee! Ich kämpfe gerade hier mit The Beast, dem Drecksack, der mich raushauen will! Hallo! Ciao! Jetzt bin ich im Ziel! Jiiihihii! So! Muss mal den letzten musst mal... Wir guck' ich nur zu... ym der mit dem T20 hier rum fährt... Weiß ich? Ähm, mit dem T20! Ah hier der! Jaja ich seh ihn gerade! Hallo Plankton! Na, der kam ja entgegen! Der war so schön erster! �m der Nation! Da ist hier ne Borde hier! Jaja aber der sagt nix!? Weiß nicht wo er ist! Stimmt! Alphakevin Die wollen irgendwie nicht ins Ziel fahren die Drecksäue Du bist Achter So Ich bin Dritter Ich war so schön Erster Bis der mir angehen kam und nicht Und der mir schön Ich war Zweiter, Alter und dann auf einmal Bäm, 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 Bäm Bäm Ja, wat, wat Wüstenwolf Wüstenwolf Tauf ich dich jetzt, so Ich bin gespannt, gefällt mir Ja, Rennen gefällt mir gut Ja Wat kriegt der da oben 21.000, wo kriegt der 3.320, toll Geil Supergeil Ja, supergeil Ja, geil, cool Moin Flex Moin Flex Banane hier Franzi grüßt auch Ich habe Hunger Franzi, ja Hallo Franzi Hallo Franzi Hallo Daniel Hallo Nienchen Hallo Nienchen Hallo Nienchen Genau, hallo an alle Was wollen wir nehmen? Ich nehm mal da oben in der Mitte Stunt Zebra Das klingt spannend Ja Die Autos sehen lustig aus Die Stockhars da oben Bin ich auch noch nicht gefahren das drin Bin ich mal sehr gespannt, was da kommt Ähm Ich weiß gar nicht, wie gesagt, live von der Playstation kann man leider die Streams nicht mehr gucken Ist irgendwie total nervig Da hätte ich normalerweise eigentlich auch von der Elgato streamen können, oder? Theoretisch ja auch Aber dann wäre die Stream-Quali auch besser Wesentlich besser Oh Ja Ich stoße das mal auf Renni an mit meiner Plastik-Booster Ich auch Ich auch Renne Oh, ich darf das nicht in die Kamera halten, sonst das wäre Schleichwerbung Auf dich renne Ich stoße mit meinem ISC an Renne Auf dich renne Auf noch weitere Jahre Ich muss immer an Franzi denken, wenn ich Booster trinke Verdehe ich nicht Du Guck mal, der Super Thomas 2005 Ist auch mit dabei Guck mal, der Consumer ist auch schon mit dabei Der hat sich ganz heimlich eingeschlichen Guck ihn dir an Guck mal Jetzt seh ich das erstmal Weißt du, das ist immer so einer, weißt du, der joint dann, aber sagt nix Ne? Und tut so, als ob er irgendwas anderes gerade macht Weißt du, und dann wunderst du dich, wenn er dich dann rauskickt oder dann irgendwie mitfährt Ne? Das ist so... Das hatte ich eigentlich auch vor Siehst du? Was hab ich gesagt? Ne? Ja Alter Schwede Wir sind jetzt alle Schluchtenjäger Schluchtenjäger? Mhm Das klingt wie ein schlechter Porno Aus den 90ern Die Schluchtenjäger Ja Alter, sieben Zuschauer Vielen lieben Dank Willkommen zu Let's Play Live Show So, was nehm ich denn? Ich will mal so'n Dings ausprobieren So'n Stocker Ding Wo ist denn das? Warte mal Ist das der hier? Ne Stock im K Stock im K Stock im A Ist das so? Ne Outfit grüner? Ne Äh Alter, die Anzüge Ja, natürlich In, in... Ah Ich spiel in rosa Äh, in pink Nagas... Nagas... Einfach Gas geben Mit ernst rein, ne? Heute Abend feiern wir hier... Wat? Ins Consumers rein Was? Lasst mich bitte aus dem Spiel Ich bin erster Ich weiß nicht warum Lasst mich raus Hört auf zu schubsen Ich werd... Ich werd jetzt rausfliegen Alter Ich sag dir da Die schubsen ja alle Wiii Hallo meine... Waaah Geh weg Du stinkst Geh weg Du stinkst Geh weg Oh Gott Wer war das? Alter, in der Luft Boah, in der Luft Wie mies Boah, wie gemein Wie gemein das war In Consumerschlupfertag Ja Morgen hat Consuma Waaah Waaah Nein, was? Ihr Drecksäue Alter, lasst mich in Ruhe Wie hieß das nochmal? Seitensprung da drin? Ach ne, äh, äh, Berg, ne Wie hieß das? Schluchtenjäger Schluchtenjäger, ja Ja, so sieht's ja aus Oh? Schlüpperträger Ich weiß nicht, warum ich da... Warum ich da... Nein! Nein! Tschüss! Ich hab's gesehen Hahaha Wie er einfach abgegangen ist So, ciao! Mal kurz am Bildschirmrand Hallo sagen Ja Ich glaub ich werd diesen Sprung nicht schaffen Oha, aber so grade eben noch Ach du warst das ja... Du warst das ja vorhin gewesen, du Drecksau, ne? So So Und bei den Röhren... Ja Ja Okay Ab Ich rutsch aber hier mal runter Ja, wenn mich anders wegschubst hier dann ist, äh, ja Ja Toll Ja Was, aber, was, 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 was? Du bist aber wieder schwer vom Begriff in... Sein... B-Day... Meinst du mich jetzt? Wieso schwer vom Begriff? Was hat der denn mit schwer vom Begriff zu tun? Ich weiß doch, wer wann gebootst hat Hä? Versteh ich grad nicht Nein, der meine bestimmt das mit dem... mit dem... mit dem... mit dem Booster vermutlich Achso Toll, ich bin Zehnter Ja, kann ich auch direkt als letzter fahren Zwölfter Kann ich hier abkürzen? Ah, ich seh dich Ja, schub mich da... Ah, darf ich nicht Alter Oh, ja, ja, Vorsicht, der will mich hier wegschubben, der eine, der... Ja, genau, schieß ihn raus, genau Sehr schön Hast du toll gemacht Ich bin hinter dir Boah Juppiii Du musst ja zusammenhalten Oh Gott Pass auf Oh Pass auf, schon direkt vorbei Egal Ich hab dich auch noch leicht angeditscht Nee, also mich berührt das nicht Oh Gott Yeah Yeah Tyrannimo Oh nein, wieso dreh ich das Auto denn? Ich bin so doof Konsumer ist sau leise Ja, ich weiß, er müsste sein Mikrofon mal ein bisschen lauter stellen Hey, ich bin leise Ja Hallo Boah, Alter, boah, jetzt sind wir über die Ohren weggeflogen Alter Achter Ja, ich bin neunter Der wollte mich raushauen, der... Sniper, du Flo Hallo Du Floogel Wer wollte eigentlich Vogel schreiben? Ah, ich bin sexy Batman Ich liebe Nasty Boys Ich liebe Nasty Boys Was? Wie du bist... Boah Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht Vorsicht Hallo 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 Was ist das? Warum stehen die alle rum? Finde ich voll geil Ja Nein Nein Was mach ich denn? Nein, ich bin so doof Alter, das gibt's gar nicht Wie wohl ich bin Wie bist du? Ja Alter Och, geil Oh, Mann Da fahr ich voll auf die Kante zu So, sind da mal weg und... Was? Weg du Hannebammel, man hört sich Ja, du Knaller Mach's gut Ciao, ciao, viel Spaß Viel Spaß beim All You Can Eat Na, so Ähm Mann, verdammt Ich glaube... Ich glaube... Ja, ich glaube, jetzt hat er's zu sehr am Mund Niemals, kann nicht sein Ja, du bist doof und hohl Mhm Ich weiß ja, von wem's kommt Na Oh, das sind solche Drecksäcke hier, echt Ja, ja Ja Huiiii Ich war gerade noch sechster Platz Und da kloppt mich einer weg Der andere, der kloppt auch nur noch weg Ja Keine Chance Hab ich gerade auch So Musst du genauso machen Eiskalt Ich frag mich nur, warum die anderen schneller sind, wie ich Obwohl ich genauso gut fahre Ach, keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Ist mir auch egal Hauptsache, ich hab Spaß Das ist irgendwie die Hauptsache von dem Rennen Richtig Lalala Huahaha Die Kurve Huahaha Lass das Auto Welchen Rang seid ihr denn? Äh, ich bin... Hallo? Ihr seid doch vor mir Was wollt ihr denn? Konsuma, weißt du? Ja, warum schneller? Konsuma ist vor mir Ich glaub's ja wohl Ja, ich war vor... Ich war vor... Ich war vor... So vor Klangkasten, war ich vor sechster Platz Und dann steht sie in der Blöder mitten im Weg rum Er haut mich da aus dem Leben Naja Und ich muss noch kurz vergeben, mein Mikrofon neu starten Neu starten? Neu starten? Düdünn Kapri-Sonne Steht rum Du bist... Elfter Es wird schlechter anstatt besser Ja, ne? Ja Ja Hup Na 2000 haben die im Schatten oder was? I don't know Ich bin Konsuma, ich hab mehr zu bekommen Ich bin Konsuma Und der Würstchenwolf hat schon wieder gewonnen Wie sieht das denn aus? Kommt der gerade aus Kolumbien? Wahrscheinlich Wahrscheinlich hat er geraucht Seine E-Zigarette hat er geraucht aus Kolumbien Oh guck mal, Sniper du Flo ist raus gegangen Oh Oh Guck mal, ist das schon mal hinter mir? Ja, hab ich ja gesagt Oh Gott, bitte jetzt kein Dings Ne, ich nehm das Ne, ich nehm das, ne Ich nehm da unten das So Ich kann nicht mehr aussuchen Keine Chance Bitte kein Motor Bitte kein Motorrad Oder irgendwie so ein... Ich lebe nochmal Stunt Nochmal das gleiche Echt? Das gleiche? Ja, fast das gleiche Eigentlich Ja, erst dann drin will ich ja fahren Nur halt kein Motorrad Oben rechts bestimmt Ja, ich bin da drunter drauf hier Ja, ich konnte nicht mehr aussuchen Verdammt I believe I can fly Okay Es lädt Und dieses, dieses, äh Wenn ihr von oben auf der... Habt ihr das auch das Gefühl? Wenn ihr oben von der Stadt drauf guckt, ne? Gibt es ein Gebäude, was so aussieht wie so ein Männchen Kennt ihr das? Ja Ich seh mal so ein kleines Männchen da stehen Mhm Das ist irgendwie, ja Das ist doch irgendwie...